Musik Hey Leute, willkommen zu einem weiteren Video auf dem Kanal Abichiro Gaming TV Heute habe ich mal wieder einen Unlimited RP Glitch für euch am Start, mit dem ihr sehr viele RP AFK ohne etwas zu tun bekommen könnt Dieser RP Glitch geht zur Zeit leider nur auf der PS4 Ich werde euch aber informieren, sobald dies auch auf der Xbox und dem PC möglich sein sollte Ihr geht jetzt erstmal in die Beschreibung, klickt auf den Link und markiert euch die Spieleliste Habt ihr das getan, geht ihr in eine Einladungssitzung, geht auf Online, Spielelisten, meine markierten Spielelisten Und startet die Spieleliste X16 Awesome RP Capture Dann im Capture drin seht ihr, dass ihr 7 Runden starten könnt Das ist, weil ihr in einer Einladungssitzung wart, deswegen ist es auch wichtig, dass ihr in einer Einladungssitzung seid Dann müsst ihr nur noch einen Freund einladen Und falls ihr gerade keine aktiven Freunde habt, schreibt einfach euren PSN Namen in die Kommentare Es finden sich bestimmt ein paar Leute, die euch dabei helfen wollen Ist der Freund dann gejoined, startet ihr die Spieleliste Und jetzt müsst ihr, wenn ihr das ganze AFK machen wollt, euren rechten Stick so fixieren Dass sich euer Bild, so wie bei mir im Hintergrund, die ganze Zeit dreht Das hat den Hintergrund, dass ihr nicht gekickt werdet und somit die ganze Zeit AFK RP verdient Euer Freund muss das natürlich auch machen, weil wenn er gekickt wird, wird der Job abbrechen Und das ganze funktioniert nicht mehr Ihr nehmt euch also ein Gummiband, fixiert den rechten Stick nach rechts Und ihr könnt das AFK durchlaufen lassen Und ihr verdient in der Zeit die ganze Zeit AFK Geld und RP Es ist eine richtig gute Methode, ihr müsst das ganze aber nicht AFK machen Denn wenn ihr eh an der Playstation seid, drückt ihr euren rechten Stick jede Minute Einfach in irgendeine Richtung, damit ihr nicht gekickt werdet Und schon könnt ihr AFK viele RP machen Gerade für Anfänger ist es wirklich gut Aber ich denke mal auch, erfahrene Spieler können das einfach mal durchlaufen lassen Ich meine ein paar RP schaden niemanden Und warum soll man das ganze nicht machen Ich hoffe aber, dass euch das Video weitergeholfen hat und vielleicht auch gefallen hat Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da Ich würde mich auch mega über ein Abo freuen Also wenn ihr noch kein Abo da gelassen habt, lasst gerne ein Abo da Wir sind kurz vor den 20.000 Abonnenten Ihr könnt den Kanal auch gerne an eure Freunde weiter teilen Ich bin jetzt erstmal raus Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Morgen, Mittag oder Abend Schreibt mir gerne eure Video-Vorschläge, Video-Wünsche in die Kommentare Und wer das Video bis hierhin geguckt hat Schreibt mal Hashtag PGTV in die Kommentare Ich bin jetzt erstmal raus Haut rein und ciao Leute medi Ich bin jetzt interessiert ni das hier Bis zum nächsten Mal.